so willkommen wieder zu einer neuen folge von let's play together need for speed most wanted need for speed danke daniel wir sind heute mal wieder zu fünft unterwegs mit dabei daniel dann der nils ist auch dabei hallo ich habe ich kann jetzt kein mehr anleuchten ihr wichser die christian ist auch dabei da hinten in rot und die artikel mit dem kaputten scheiben ist auch dabei dann können wir starten ja das muss ich ja neu erstellen und das der will nur muskel cars und wie fahr ich zur richtigen richtung der mai kommt später noch wahrscheinlich noch springen wartet auf spieler auf wen warten wir denn auf schizo frizzo du musst deinen wagen wechseln nils du musst deinen wagen wechseln nils du musst deinen wagen wechseln nils du musst deinen muskel car brauchst und nicht vergessen dürfen uns nicht trauen weit ist der sprung von den kohlenlage rampen irgendwas direkt vor uns ist ich hab doch gerade gesagt nicht eliminieren ich bin eliminiert von christian es ist so scheiße ich hasse dieses game die aufnahme wird beweisen dass du mich da niemand gedrückt hat weil du gegen mich wärst du hast noch alle auf einmal gesprungen nein wir nicht sind hinten gestartet ich sag euch kinder vorgelassen ja ja passiert aber jetzt eliminier ich euch ich auch ey ihr seid doch behindert auch mensch jahre ich bin dritte geworden ich hab doch nicht letzter ne tim boah boah oh nein oh ja ach nö wo fährt der nils lang wo war ich denn hin woher schalte schalte deswegen bin ich woanders jetzt ja ihr seid schon da ja hey hey Tim so ein scheiße ja 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 viele ja ich habe jetzt in den einfach los ja 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 Ah, Scheiße. Fuck. Da ist der Dory. Ich bin toll, die Dory zu finden. 22. Das ist so scheiße. Oh, nee, ne? Ja, doch, ne? Jawohl! Jetzt knall bitte nicht gegen mich. Hey, du wurdest Vierter. Ist doch gut, du bist nicht Letzter. Nach meiner ersten Deministriktion habe ich sowieso ja keine Chance mehr. Ist so scheiße. Jawohl, Vierter. Cool. Ach, du Scheiße. Jawohl. Was war das denn? Was war das denn? Das wird gerade von mir rausgekugelt. Yo. Was ein Crash. Alter, Pfanne. Ach, es war, es sah lebensgefährlich aus eben. Ja. Pass auf. Was ist jetzt das Ziel? Das wird ja immer durchgegeben, sobald alle da sind. Du bist ja lustig. Nee, ich sag dir nur, wie das Spiel funktioniert. Also warten wir nur noch auf Daniel und... Der andere ist Nils, der ist ja auch bei uns in der Gruppe dabei. Ist ein Mitmacher. Boah, ihr schallt. Auch nicht schon wieder ein Rennen. Ja, nee. Ich dachte, ich habe jetzt alle einen Kontrollpunkt vergesst. Ey, mein, 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 das geht nicht. Scheiße. Musst du ja wieder zurückfahren, wenn du den Kontrollpunkt gefehlt hast, ne? Ja. Ja, klar. Ja, toll. Shit. Yo-Yo-Dat. Nein. Also ganz zurück. Geil. Ich bin so behindert. Ja. Was will? Sei ich hinter mir? Ja, kann sein. Das für ein Scheiß. Oh, nee. Guten Morgen, Nils. Er checkt es nicht. Och nein, ich hätte letzte. Ich fühle es jetzt schon. Ich hätte letzte. Ich bin ja, ich musste ja ganz zurückfahren eben. Um den Kontrollpunkt zu kriegen. Gib Gas. Ja, egal. Oh, leck mich doch. Das gibt es doch nicht. Das ist... Nein, das ist scheiße. Nein, scheiße. Nils, schalte die Dile aus. Weil das nicht anders kann. Du warst im Weg. Es war auch nur... Ja, kann es nicht. Aber du warst auch im Weg. Ja, klar. Aber Daniel, du warst im Weg. Ja. Ist ja jetzt gestrichen. Ja, das ist genau auf die Kante. Mein gut. Die Autoscooter, Nils, ne? Ach ey, mein Gott. Ey, Daniel. Ey, du bist im Weg. Ey, du bist im Weg. Hau ab da. Mein Fett funktioniert nicht. Jawohl. Daniel, geh weg. Verschwinde. Ey. Ey, du nervt. Ey, du Arsch. Ich hasse dich. Ihr seid beide doch geflogen. Der ist behindert. Ich hasse ihn. Du warst im Weg. Du bist im Weg. Guck mal, der hat mich jetzt überholt. Der hat mich in das Auto reingeschmissen. Ja, klar. Ja, klar. Ey, fuck you. Ey, Christian. Christian, wir überholen mich alle. Nein. Nein. Ja. Jawohl. Jawohl. Du bist... Ich schaff jetzt einfach mal. Oh, nee. Ey, das ist ein... Ach, da ruf rein. Du bist so doof. Willst du mich jetzt irgendwie... checken, oder was? Das ist nicht jetzt dritter. Das gibt es nicht, ey. Oh nein, wie lustig. Hä, wieso bin ich zweite? Was ist denn mit dem Daniel schiefgelaufen? Er ist nicht dr... Was ist denn der Daniel? Wie komme ich denn jetzt zu euch? Ey, mein Pad funktioniert nicht. Mann. Nein, nee, es kann nur rammen. Ja, klar. Sag gerade richtig. Ja, aber echt. Sorry, aber ich bin hier für Schutz. Nichts kann er, ey. Hier, jetzt ramme ich dich. Das ist doch vorn. Nein, es sind zu viele Bäume. Mann. Der alte Rambler schlägt mal wieder zu. Ey, ich klingste. Ey, keine bösen Wörter. Nein, das ging an mir leid. Rambler ist eine Hasenart. Ich hab gerade nur mal Fettbeleidigung. Ey, mir wird schlecht. Hier soll man bestimmt driften lassen. Ne, es geht nicht. Hey. Krass, irgendwie getriptet er. Geil. Ey. Am schnellsten durch die Radarfalle auf der Petersen Street. Oh, leck mich doch. Honk. Was geht denn bei euch ab? Äh? Nein! Jetzt haben sich alle eliminiert. Oh nein, es tut mir so leid. Die einzige, die noch fahren kann, ist der Tietje. Oh nein, oh Gott. Dafür bin ich prädestiniert. Das heißt, wir müssen nur Tietje von dem Ding da abhalten. Ja. Boah, wer war das denn? Ey, das Auto ist langsam. Der Schweizer. Ey, du Wichser. Ey, du Wichser. Oh, das war's. Jetzt? Ich bin dritter. Ah, Zweiter. Okay, ist er nicht fertig. Wir haben doch noch was. Doch. Oh Gott, das ist... War das jetzt fertig? Nein, nein, ich wollte... Weiß ich nicht. Jetzt kommt... Eine Challenge kommt da oben, steht da als nächstes. Oh, mein Lassen. Karo zum Treffpunkt. Ja, bei mir steht aber noch kein Treffpunkt. Guck doch mal. Bei mir steht jetzt erst Treffpunkt. Das ist doch voll scheiße. Was? Ne, gerecht? Nee. Oh, nee. Welche Richtung? Scheiße, das war Wasser. Ja. Hören wir eigentlich alle das gleiche Lied? Ja. Hit me baby one more time. Ehrlich? Bei mir nicht. Es ist der erste April, Mann. Warum sollte denn... Weil... Most Wanted von Britney Spears Hit me baby one more time. Du kannst da durchfahren geradeaus. Nee. Da ist Wasser. Ich bin nicht blöd. Ja, weil ich gerade blöd, ey. Bist du auch. Jo. Haben ich gerade jemanden gekickt? Vielen Dank, Artice. Was jetzt? Hä? Warum geht denn mein Auto weg? Kilder, oder? Wir müssen als Gruppe springen. Kilder killen, oder? Ja, super. Danke, Artice. Was denn? Ja, weil du mich gerammt hast. Guck mal, wo ich bin. Hinter dem Haus. Wie schlimm. Wir müssen springen. Und dann insgesamt als Gruppe 1.800 Meter. Nein, das mach ich falsch. Nein, das mach ich falsch. Nein, das mach ich falsch. Ich rufe. Achtung, keiner soll mich rammen. Ich raste sonst aus. Geh weg! Nils! Oh, Alter, was schreckst du so? Ja, da kamen drei Autos hin zu gehen. Da kam gar kein Auto. Ich war das einzige Auto gerade. Da kam ein T-Shit, da kam noch jemand. Da kamst du. Aber du bist doch genau auf mich drauf gefahren. Das ist kein Autoscooter, Nils, ne? Wir müssen hier als Gruppe. Er versteht's nicht. Schreib doch nicht, ich mach das nicht. Wir müssen hier als Gruppe. Nein, ab ins Wasser. Schatten wir. Da ist alles schwarz. NoobDog. Lauf da. Durch. Ja. Oh. Oh. Voll gegen die Fels nehmen. Ich auch. Ja, da war ich auch noch gerade lang. Das ist gerade nicht meine Übung. NoobDog wieder zusammen hier durch. Na ja. Bereit? Geht los. Juhu. Juhu. Da bist du? Was? 520 Meter. Ach, du bist am weitesten gesprungen. Insgesamt. Das addiert sich doch die ganze Zeit. Ja. Das meinte ich doch auch. Ah, es ist vorbei. Das ging ja schnell. Ja. Wieso bin ich 2? Äh, ich bin jetzt da. Es sind nur 150 Punkte. Warum? Tut mir leid. Nee. Gut. Nee. Ich wurde beim ersten Rennen eliminiert, deshalb habe ich gar keine Punkte. Ich habe dich nicht eliminiert. Ja, du doch nicht. Okay. Ja, da verabschiede ich dich doch mal. Tschüss. Hast du, Bob? Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.